Okay, sind wir auch bei einer Runde League of Legends. Ich bin kurz bei allen. So, ich habe nämlich gerade eben noch ausprobiert, ob das vom Sound passt, weil ich nehme jetzt ja zum ersten Mal mit Nvidia Shadowplay auf. Ich weiß, es ist eigentlich kein Aufnahmetool, aber ich finde die Performance Drops, die hier gar nicht vorhanden sind, sind einfach so niedrig. Das ist so krass. Und irgendwie kann man aber halt nicht wie bei Dextry die Audiospuren splitten. Das heißt, der Sound und der Mikrofon sound müssen schon von Anfang an passen, wenn nicht, dann ist die Aufnahme für den Arsch. Und gerade eben habe ich nur probiert, ob es passt. Und deswegen nehme ich es zu spät. Ich stelle mich wieder dumm an. AP oder AD? 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 Ich weiß nicht, einer bei dem... Komm, das gewinnt ihr doch jetzt auf der Top-Line. Um die Fresse. Ähm... Pan? Lol, 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 lol. Lol, lol, lol. Ich hatte gerade einen ziemlich fetten... Eck. Hauptsache, er pusht nicht meine Lane. Hm. 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 Lol, den habe ich nicht getroffen. Nix kann er. Er pusht so einfach. Und der Neutralität ist sogar... Das ist das... LOLL, was war'n das jetzt von Flash. Nein! Nein! Ich habe doch Ulti gedrückt. Ach Gott. Nicht mal dutschen konnte ich... in und so fortkrieg noch aber toppen das war Hallo, Minion ist schon... Also, ja, gut. Alter, weh, ich stimme erst mal. Der trifft aber auch nichts, aber mit einer... ...Muto will go where he pleases. Das wird ich gekriegt, genau. So, das war jetzt die Revanche von gerade eben. Ach komm, na, das... Und den... Wieso fokussen die denn ran? Das ist dumm. Das ist total... Mann, das ist total idiotisch. Das ist... Er merkt's einfach nicht. Ups, war schocktiefig. Hör auf so dumm rumzuspringen. Alter, sind das viele Minions. Ich habe das Gefühl, der Sound ist ein bisschen zu laut. Nein! Nein! Oh Gott! Schade, hätte ich ein bisschen. Naja, gut. Naja, sicherheitshalber mal. Konnte ich aber gut die Zeit unten auszögern. Ah, jetzt ist es aber noch ein bisschen. Naja, jetzt ist er hinter den Minions. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jawohl, gut job. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist zu laut. Oh Gott. Könnte auch treppen. Tren. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Let's fight. Oh Gott. Ops. 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 die sind auch das ist genau was komm, gib dir nettes plus jawohl botlane jetzt hat kann es dieses rumgespringen das ist genauso wie bei Elicine, Alter das kotzt einen, das ist so nervig jedes Mal so, was ja, geh, 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 geh und hau halt ab und wir haben gleich alle verhöhnt oft gar nicht bei euch ich lenk sie einfach zu mir das ist so nervig das ist so nervig ja, das ist aber ihr fail, dass sie kämpfen davon haben wir, profitieren wir nur das ist dumm von denen die kämpfen da rum, zerstören unser Team aber wir haben alles das ist dumm das ist dumm gg 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 gg